So, servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Conflict. Ja, ich habe vor momentan eigentlich... Boah, was machen wir denn? Bitte halt deine Schnauze. Ernsthaft, ich bin immer noch... Ich fummel immer noch in den Audio-Einstellungen rum, um nachzugucken, wo man diesen nervigen Typen abschalten kann. Ich habe bis heute nix gefunden. Es regt einfach so dermaßen auf. Glaubt mir. So, dem fügen wir jetzt erstmal schön Schaden zu. Hier auch noch eine kleine Nessel. Ich verstehe gerade gar nicht, warum Phelps gerade so abkackt, aber auch egal. So, und jetzt noch eine Rakete reingedrückt. Ah, jetzt entspannt zurücklehnen und einfach genießen. So, das Schöne ist nämlich, die KI von den meisten Fahrzeugen ist nämlich zu blöd, um hier reinzufliegen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ich glaube, ich finde das eher gut. So. Na, komm. Na, komm, komm, komm. Ah, Mennung. Ah, hier Kartellpilot aber noch. So, da hinten ist die nächste Satelliten. So. Kurze Heilung. Und dann geht's auch schon ins nächste Gemetzel. Da hinten haben wir die nächste Ladezelle oder was auch immer das ist. Ja, eine Ladezelle. So. Und ich hab, I have no... Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was gerade so ruckelt. Ich habe gerade keine Ahnung. Eventuell muss ich noch die FPS ein bisschen wieder zurückstellen. Die maximale FPS-Rate. Eventuell kommt der nicht damit klar. Ähm, ja. Ja. So. Dann, ähm, so. Ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die Swift gefällt mir eigentlich momentan so, wie sie ist. Sie macht schön Schaden. Ja, ja, ja. Die Schilde sind down, ich nehme ich auch. Komm. Alter, wie viele sind hier drinne? Das ist ja eigentlich nicht normal. So. Da kommen ja noch mehr. Und die Ruckler sind ein bisschen schlimmer. Ja, ich glaube, ich werde die Pinkzahl gleich mal ein bisschen zurückschrauben. So. Ey, nee. Nee, 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 nee. Hier. Hier oben hast du einen, ne? Gott. Alter. Ähm, was wir auch mal machen könnten, wären wieder hier... ...unsere guten alten Schadenspotenzial voll auszunutzen. So. Und dann wieder zurück. Okay. Down und... Ja. Das war's eigentlich auch schon. Ähm, ja. Worüber können wir denn momentan reden? Also, was gibt's denn hier so? Im Grunde haben wir hier eine viel zu fette Ladezelle vor unserer Fresse, die wir gerade noch kaputt kriegen müssen. Ich weiß, sehr nervig. Kann ich aber jetzt gerade auch nichts gegen machen. So. Na, komm. Ah, ich will doch auch mal nur einen Kill an einer Ladezelle haben. Wir müssen die... Blablabla, solche Stütze hier noch nehmen und das Iridium holen. Dafür nehmen wir lieber die Stigletto. Die, finde ich, eignet sich für diese Mission schon ein bisschen besser. Und wie ich sehe, wir haben die maximale Punktzahl momentan. Hier. Das freut mich natürlich. Ja, wir müssen vor allem die Swift noch leveln, aber die muss bis auf Level... Oh, die braucht ein Synergie-Level von 8, damit wir uns das nächste Schiff kaufen können. Das ist riesiges. Das ist ein gigantische Synergie-Level. Das ist unglaublich. So. Ähm. So, wir richten mal kurz die Gefechtstürme hin. So, ich hab mir die hier übrigens ausgesucht, weil die hat ein bisschen mehr Schilder und ist genauso schnell. Also beinahe so genauso schnell. Ähm. Wir nehmen doch lieber dich hier. Na, komm. Ey, komm. So. Alter, kriegen wir eigentlich die Raketentower? Würden wir die kaputt kriegen? Ich weiß es gerade gar nicht. Auch, weißt du was? Wir spezialisieren uns mal für Raumschiffe. Das können wir wenigstens noch. So. Und ciao. Und da hinten ist der Nächste. Den richten wir auch nochmal kurz hin. Na, komm. Ich dachte, die Rakete würde ihn hinkriegen. Aber egal. Dann... Müssen wir einfach nur noch auf den nächsten Ruckler warten. So, jetzt aber. Ähm. Da. Ah, wir sollten aber mal... Hier. Das wäre, glaube ich, ein bisschen empfehlenswerter. Was willst du? Willst du dich etwa hier hinten lang schmuggeln, oder was? Dann schmink dir ja ab. Schmuggelt sich der Kerl hier einfach hinten lang. Ich fasse es nicht. So. Dann haben wir noch mehr Kandidaten. So. Alter, hier haben wir den Agenten. Nein! Wir haben Schlachtschiff verloren. Why? Ähm. Ach so, da hinten, da ist ein Kapitän. Da. So. So. Sorry, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Deswegen. Ich muss das auch noch üben. Einfach irgendeinen wirren Scheiß zu labern. Und dann einfach ein bisschen zu zocken. So möglich sollte das ja nicht sein. Ne, das Magazin ist leer. Och, nö, ne. Komm. Nice. Nächstes Schiff. Du sollst es sein. Okay. Aber wie ich sehe, ist unser Magazin immer noch leer. Von unseren lieben Raketen. Das ist natürlich auch ein bisschen scheiße. So. Ich glaube, ich sollte mal irgendwann mal auch die Farbe des Fadenkreuz verändern. Einfach damit ich es besser sehe auf dem Bildschirm. So. Noch eins zerstört. Nein. Von wo, von wo, von wo? Ach so, du bist das. Ach, leck mich doch. Kommen wir uns lieber hier um den ganzen Kram. So. Na dann. Ähm. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich hab, ich lass mich zu... Ja. Ähm. Wie wär's? Ah ja, ich muss das mit den Übertragungen noch anmachen. Genau, seitdem, ähm... Sag schnell. Genau. Datenträgerwechsel. Es sind natürlich auch die ganzen Einstellungen flöten gegangen. Ähm. Ich glaub, das mach ich jetzt mal nicht. Weil ich bin jetzt gerade im LP. Dann mach ich das später nach der Aufnahme. Stell ich das an, dass dann die Leute einfach automatisch zuschauen können. Ähm. Na, du, ne? Du, ne? Du willst den killen, ne? Hier oben. Aber sonst alles okay, ne? Das kriegen wir doch hin. Also. Achtung, Achtung. Blablabla, blablabla, blablabla. Ähm. Shift. Tab. Achtung. Ich hab vergessen, wo Tab ist. Ach, egal. Da. Ja. So. Eben mal schnell gemacht. Dann können jetzt die Leute auch zuschauen. Und ich hab aus Versehen das falsche Schiff ausgesucht. Och, nö. Ja, wir haben so gut wie verkackt. So. Ja, komm. Solange das noch die Biomorphs sind, die sollten wir eigentlich noch platt kriegen. Die sind jetzt nicht so die übermäßigen Gegner. Aber sobald diese Elitejäger ankommen, sind wir am Arsch. So. Und wieder so ein Ruckler. Ich muss, ich muss die FPS-Anzahl runterdrehen. Das geht so nicht. So. Und wie hörst denn du dich an? Oh, ne Witz. Ich hätte auch mal gerne so ein Biomorph-Schiff. Das hätte ich gerne. Also ich würde gerne mal so eine Runde mit so einem Ding mal fliegen. Einfach nur mal rauszufinden, wie es ist. Ähm, da. Hör mal diese ganzen Biomorphs. Weißt du was? Ich greif den da an. So. Ach du Heilige. So. Und wo sind die nächsten? Komm. Was sind das für... Achso, das ist so eine Angriffsdrohne. Ich hab mir schon gedacht, das ist das für ein Biomorph. Ja, schon wieder down. Ach, nö. Nö, nö. Ciao, ciao, ciao. Darauf muss ich mich jetzt nicht einlassen. Hier mal kurz eventuell verstecken. Ist ja ein bisschen ruhig hier. Ein bisschen zu ruhig, meines Erachtens. Hat da gerade jemand geschrieben? So. Hallo? Ist schwer? Wie, tschinde. Ach du Heilige Schöp. Okay, das ist noch ein Biomorph. Der geht ja noch. Das ist auch noch ein Biomorph. Ich hab so ein bisschen Schiss. Oh Gott. Sind die... Kommen die jetzt? Kommen die jetzt? Biomorph? Elite-Jäger lädt mich am Arsch. Nö. 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 Da bin ich raus. Bei Elite-Jägern bin ich raus. Gegen... Die kann ich nix ausrichten. Gegen diese Biomorphs sollte das klappen. So, da. Oh, Glück gehabt. Das wird knapp, ja. Und weg hier. So. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Hehehe. Das mit dem Weg hier war nicht darauf bezogen, dass ich jetzt hier alles rammen möchte. Nope. Nein, geht rauf. Danke. Alter. Wir haben gerade mal nur... Wir... Wir sind am Arsch. Wir sind so gearscht. Was bist du? Du bist nur so ein normaler Biomorph. Gehst ja eigentlich noch. Aber du bist auch so... Ihr seid so lässig. Ohne Scheiß. Oh, nee. 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 Nein. 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 Komm. Komm. Das musst du noch schaffen. Das musst du noch schaffen. Alter. Das war knapp, als die Polizei erlaubt. Ohne Scheiß. Wir müssen auch aufpassen, dass er sich nicht aus Versehen hochhaltet noch. Jetzt hab ich's aus Pop-Shots gespuckt. Scheiße. Ah, Glück gehabt. Moment mal. Moment mal. Moment. Ah, ja. Glück gehabt. Alter. Sorry, ich muss mich jetzt hier kurz hinten verstecken und... Okay, das ist noch ein Biomorph. Die sind ja... Vergess es, was ich gesagt habe. Die sassen Scheißdinger. Die fucken nur ab. Oh, rekonstruieren. Natürlich möchte ich mich rekonstruieren. Da ich meinen Freunden helfen muss. So. Und um die Folge natürlich in die Länge zu strecken. Nein, natürlich nicht. Das Schlimme sind diese Elitejäger. Der muss weg. Der muss sowas von weg. Das Problem ist... Die halten so viel aus. Die machen so viel Damage. Das sind einfach... Die fucken nur ab. Guckt euch das an. 1000 Schaden. Machen. So, das war gerade aus Reflex. Sorry. So. Wo ist das Ding hin? Wo ist dieses riesige Ding hin? Warte mal. So. Das sollte helfen. Komm. Komm. Du musst drauf gehen. Du musst drauf gehen. Oder ich gehe drauf. Wir gehen drauf. Alien-Verteidigungsmodul. Diese Dinger sind... Das sind solche Abfuckviecher. Ohne Witz. Die fucken einfach nur ab. Es ist so schlimm. Egal. Danke. Ciao. Bis nächste Woche.